hallo zusammen ich grüße euch im name des herrn joshua maschia willkommen zu unserer sendung die stunde der wahrheit in der stunde der wahrheit geht es um joshua maschia unser herr und unser elohim unser gott amen es gibt leute die glauben nicht also dass joshua jesus christus der herr ist und dass er auch gleichzeitig gott ist aber wir hier wollen also das wort aus der bibel das wort von joshua maschia einfach weiter geben halleluja herr danke für dein wort danke für für diesen moment danke joshua maschia dass ich dein wort weiter geben darf halleluja amen so ich möchte heute mal was teilen es geht möchte also uns also alle wieder ermutigen das wort des herrn weiter zu verbreiten das wort des herrn zu leben das wort des herrn zu tun halleluja und deswegen sagen wir hier in diese in diese sendung zurück zum wort zurück zu joshua maschia weil er allein der retter ist es gibt kein anderer retter nur joshua maschia kein name wurde uns gegeben bei dem wir gerettet werden nur in den namen von joshua jesus christus alleluja amen so aber bevor ich also ein thema reingehe möchte ich mal kurz ein paar also kurze info geben auf unserer seite zurück zum wort.org kann man die bibel lesen also wir wir haben also mit also mit dem team davon von der übersetzung wir übersetzen also die bibel von joshua maschia von französisch zu deutsch und die bibel kann man schon also auf dieser seite komplett lesen ja es ist noch nicht 100 prozent komplett also fertig aber von von erster mose also von genesis also bis bis zu bis zum offenbarung also apokalypsis kann man schon alles lesen halleluja wie preisen joshua maschia dafür das team arbeitet also richtig richtig hart und wir können nur joshua maschia dafür danken halleluja wir hatten also mit dem neuen bund angefangen und jetzt ist auch alt bund da drin und das können wir das könnt ihr schon also alle da drin lesen halleluja und die korrekturen werden trotzdem weiter durchgeführt aber auf unserer seite könnt ihr das schon schon mal lesen und für die leute die das auch auf ihrem handy mal also als app oder als applikation können die können das die müssen also auf diese seite gehen und dann für die die chrome oder keine ahnung welche browser haben gehen sie geht einfach da auf der rechten seite die drei punkte da und dann auf bim die installieren dann könnt ihr das einfach als app installieren ob der auf dem handy oder tablet pc und dann einfach installieren dann könnt ihr das direkt offline lesen lesen sogar wenn sie nicht im internet verbunden zeit dann könnt ihr das trotzdem weiter lesen halleluja wie preisen joshua maschia dafür natürlich dass das ziel ist also dass wir das auf papier irgendwann mal bringen und für die leute die gerne dafür spenden wollen die können könnt ihr das schon also auf unserer internet seite also die die ganze informationen auf spenden wenn sie auf spenden gehen dann finden sie hier bim bibel joshua maschias und bank informationen alle informationen sind da drin auch online alle die einfach spenden wollen halleluja wie preisen joshua maschia dafür und bitte vergiss nicht für uns zu beten für das team zu beten das team für für die übersetzung es ist also eine harte arbeit und betet also für uns und und auch für die die gerne spenden wollen also dass das diese bibel irgendwann raus kommen wird bitte einfach spenden das ziel ist also dass wir deswegen mal auf papier bringen und und auch für die evangelisation für die leute die das also lesen also lesen direkt auf papier lesen können also gerne lesen dann werden wir das also für das wieder so für sie gemacht halleluja wir danken joshua maschia dafür also das heißt diese arbeit geht weiter danke joshua für dein werk halleluja so vor ein paar wochen waren wir in lüneburg für für eine evangelisation und nächste woche diese mal also samstag elfte elfte sind wir in stuttgart ist wieder so eine erweckungstreffen geben ab elf uhr alle die gerne mitmachen wollen ihr seid also alle herzlich eingeladen kommt einfach und wir werden alle zusammen unser herr joshua maschia loben preisen und für die erweckung in deutschland beten halleluja amen so gut dann das thema für heute wir waren also letztes mal also in 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 lüneburg also für die evangelisation das war richtig richtig schön unser herr hatte uns also so überrascht wir wir hatten also leute auf der straße flyer gegeben verteilt und einige leute haben uns also sogar ermutigt dass wir das weiterzumachen damit die wie damit die leute von dem herrn erfahren also war richtig 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 schön und vielleicht habe ich ein paar bilder da ich suche mal also videos hatte ich da was was wir dort also aufgenommen hatten halleluja joshua ist wunderbar und er macht sein sein werk und die geschwister also danach haben wir uns also getroffen zusammen gebetet es war so eine schöne zeit und dafür möchte ich also joshua maschia noch preisen halleluja und wir dürfen nicht also müde werden das werk des herrn zu tun weiter und weiter und weiter machen halleluja ich sag mal kurz also was da was da ja es hatte geregnet die geschwister waren waren dabei haben wir joshua maschia zusammen gepriesen und dann die ganze traktaten verteilt halleluja die geschwister sind also aus hamburg stuttgart gelsenkirchen kassel regensburg münchen also es war wirklich eine schöne schöne zeit schöne zeit zusammen halleluja in lüneburg die beiden joshua maschia dafür und solche aktivitäten wollen wir einfach weiter machen weiter 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 machen weiter 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 machen und er muss also wissen also wenn wir das werk des herrn tun es gibt leute die die wollen also sofort was sehen was erleben aber joshua sagt uns also geht einfach die nationen geht und verkündet das wort halleluja deswegen werde ich also heute mal über ein bestimmtes thema also uns alle ermutigen weiter das wort zu verbreiten weiter für den herrn zu arbeiten weiter für den herrn einfach zu pflanzen samen weiter zu verbreiten verbreiten das wort weiter zu verbreiten halleluja wir dürfen nicht müde werden egal wie die leute reagieren egal wie 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 es geht wir müssen einfach weiter tun halleluja so und dafür nehmen wir uns nehmen wir mal also die bibel in in johannes johannes kapitel johannes 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 nehmen wir unsere bibel in johannes kapitel vier herr danke für dein wort leite mich führe mich her im namen joshua maschia ich bete für alle die dieses wort also bekommen werden stärkt uns alle verendet uns alle im namen joshua maschia amen halleluja so ihr kennt schon also die geschichte von also in johannes kapitel kapitel vier unser herr joshua maschia trifft eine frau joshua und die samaritische frau also er trägt also diese frau einem brunnen und sagt ja gib mir wasser und gut ich lese mal lesen wir mal also die ganze ganze geschichte das bringt lesen wir mal die geschichte halleluja so ab vers vier er musste aber samarien durchgehen er kam ich mach das jetzt ein bisschen größer lesen wir alle zusammen johannes kapitel vier ab vers vier er musste aber samarien durchgehen er kam in eine stadt samarien genannt sicher in der nähe des landes das jacob seinen sohn josef gegeben hatte dort war aber Jakobs quelle deshalb setzte sich joshua müde vor der reise an der quelle nieder das war um die sechste stunde da kam da kommt da kommt eine samaritische frau um wasser zu schöpfen joshua spricht zu ihr gib mir zu trinken seine jünger waren nämlich in die stadt gegangen um nahrungsmittel zu kaufen aber diese samaritische frau sagte zu ihm warum bietest du ein jude mich eine samaritische frau um etwas zu trinken die juden haben nämlich keine beziehung mit den samaritern also ich sehe schon also joshua maschia ist nicht also in diese ja er will nicht also mit die bestimmte gruppe bestimmte leute bestimmte ähm ethnische äh gruppe äh nein er ist für alle menschen gekommen halleluja joshua antwortete und sprach zu ihr wenn du das geschenk elohim kennen würdest und denjenigen der zu dir spricht gib mir zu trinken hättest du in deiner zeit um etwas zu trinken gebeten und er hätte dir lebendiges wasser gegeben die frau sagte zu ihm herr du hast nicht um zu schöpfen zu schöpfen und und der brunnen ist tief woher hättest du also dieses lebendige wasser joshua maschia durch diese geschichte ich werde nicht also alles lesen joshua maschia durch diese geschichte zeigte also diese frau er sagte also ich bin dieses lebendiges wasser joshua ist derjenige der die menschen befreit joshua also dieses gespräch also ging also weiter 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 bis am ende hatte also die dame die frau hatte festgestellt oh ich hatte also mit dem mit dem befreier der messias der gesagte zu tun sie ging und dann hatte das also sie hat das also verbreitet sie hat von joshua erzählt diese frau dachte dass joshua nicht also weil er jude war hatte nichts also mit dieser damit zu tun nein joshua ist also zu joshua ist für alle menschen gekommen wir wir die leute also die hier in deutschland in deutschland leben oder egal wo ob das also in der schweiz oder in österreich oder kanal und belgien irgendwo wir wollen viele wollen nur das wort an leute die sie kennen leute die genau aussehen wie sie leute die nur aus ihre vielleicht aus ihrem kontinent oder aus ihre keine ahnung aus ihrer rasse oder ich weiß es nicht das wort geben aber das ist nicht was joshua gekommen ist er ist wofür gekommen ist er sagt ganz klar geht alle nationen alle wir können doch nicht also hier in deutschland sein und dann das wort nur unter afrikaner unter asiaten unter kann er unter deutschland unter was ist nicht so geht das nicht so funktioniert das nicht so funktioniert das nicht joshua marschia schickt uns nicht nur zu 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 afrikaner ich bin aus afrika ich musste also die sprache lernen also sogar wenn mein deutsch also nicht so nicht nicht 100 prozent gut perfekt ist aber man versteht mich zumindest und versuche ich also mit mein geborenes deutsch also trotzdem das evangelium weiter zu geben nicht wie die diese leute die denken nur das evangelium ist nur für kongo fliege nach kongo die ganze zeit nach afrika und verteilen und denken dass sie dass sie das evangelium tun ja 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 deswegen sagt unser herr joshua marschia aus ihrer früchte werdet man also sie erkennen wirklich diese falsche falsche gemeinde falsche christen falsche lehrer die verbreiten werden menschen die nur nur für 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 die afrikaner oder für die amerikaner oder für was soll was ist das für das evangelium was ist das denn joshua marschia joshua joshua sogar in diese geschichte joshua sogar hat sogar die jünger die jünger überrascht die jünger kamen zurück die haben gesehen er spricht also mit einer frau es war sogar die überraschung für sie zu sehen also dass er das joshua mit der mit mit eine frau geredet hatte was macht er da diese frau war auch selber überrascht das ist jude was macht er da wieso spricht er mit mir wisst ihr was liebe geschwister einmal waren wir also wir haben wir sind also zu evangelisieren gegangen sie sind also auf die straße gegangen haben flyer verteilt und so und und dann gab es also so ein rassist also jemand der irgendwie nicht also mit mit schwarzen zu tun wollte ich habe ihn also so flyer gegeben und seine reaktion war es war er hat mich richtig beleidigt und er sagte wie tief bin ich gefallen ein er hat sogar das n wort verwendet ja wie tief bin ich gefallen dass ein solcher typ diese n gibt mir das wort richtig beleidigt aber dann habe ich einfach gesagt es ist mir egal es ist mir egal dieser mensch ist also verblendet verblendet der weiß überhaupt nicht worum es geht joshua maschee ist für alle menschen gekommen diese gemeinde wo nur afrikaner wo nur kongolese wo nur leute aus gabun oder aus togo aus ghana dort wollen sie die die haben ihre evangelie das evangelium nur für ghan für ghana das evangelium nur für die deutsche das evangelium nein 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 geht alle nationen joshua maschee preise dein name herr du bist so wunderbar halleluja halleluja joshua sprach also mit du diese frau sagte sagte du weißt überhaupt nicht mit wem du zu tun hast du hast ich bin nicht wie diese leute die 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 vorgekommen sind dann die dachten joshua ist so wunderbar also sehen wir mal als die jünger zurück zurück kam also johannes kapitel 4 vers 28 joshua sprach zu ihr ich der bin also nein nein lesen wir also direkt also der vers davor die frau antwortete ihn ich weiß dass der mich der maschee der gesalbte genannt kommen muss wenn er also gekommen sein wird wird er uns alle dinge verkünden joshua sprach zu ihr ich der mit dir sprich ich bin bohr halleluja joshua maschee sagte ich ich bin es ich bin es ich bin es da kamen seine jünger und sie wurden und sie wunderten sich dass er mit einer frau sprach die waren überrascht was machte er spricht also mit einer frau dürfte er nicht also mit einer frau reden diese frau hatte an dem tag das wort sie wurde sie sie hatte das wort das evangelium die befreiung hatte sie bekommen und dann gibt es also leute die 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 wollen nur evangelium also das evangelium ist nicht also in deutschland leben schon also jahrelang wie viele jahren hier wollen nicht mal also die sprachen die die deutsche sprache lernen sind nicht mal in der lage das wort weiter hier zu verbreiten nein wollen nur in afrika oder irgendwo und dort sind sie die pastoren wahnsinn joshua maschee doch keiner sagte was willst du oder warum sprichst du mit ihr die frau ließ ihren krug stehen ging in die stadt und sagte zu den leuten kommt und sieht einen mann der mir alles gesagt hat was ich getan habe ob diese wohl der maschee ja es ist gegangen und hat diese die 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 also sie hat alle erzählt das ist der maschee ja das evangelium liebe geschwister das evangelium geht nicht also um uns es geht nicht um und und nein es geht um joshua es geht um diese person wir müssen joshua maschee ja an die menschen vorstellen alleluja deswegen sagen wir zurück zum wort zurück zu joshua maschee ja nicht also kommt zu uns nicht also kommt zu meiner gemeinde kommt zu unserer kirche kommen kommen in unserer kirche oder kommt in unserer verein oder sowas sondern in unserer gruppe nein sie hat erkannt dass joshua maschee joshua der messias der maschia ist und genau das hat sie weiter verbreitet weiter gegeben joshua maschia der gesalbte das ist was sie weiter gegeben hatte nicht gesagt ja komm in unserer gemeinde gibt es gute musik in unserer gemeinde gibt es also kuchen am ende in unserer gemeinde haben wir unser kaffee treffen und so wir haben unsere veranstaltung die jungen treffen sich ja wir teilen das das und das und das soziale psychologische oder keine ahnung also treffen wo joshua maschia nicht mehr in der mitte ist die bibel sagt da wohl zwei oder drei sich in meinem namen versammelt wenn die menschen sich also im namen des herrn im namen von joshua maschia versammelt ist er da oh joshua ich liebe dich ich liebe dich du bist so wunderbar joshua das evangelium es geht nur um joshua maschia habt ihr nicht gesehen johannes der teufel hat sogar gesagt hey hier ist das lahm des herrn das lahm des herrn und dann sagt er oh nein die zeit ist es ist jetzt vorbei folgt mir nicht da ist der der retter das lahm das lahm gottes ach ja 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 und die frau diese frau ist gegangen und hat auch gesagt getroffen und vers 30 sie kamen also aus der stadt heraus zu ihm währenddessen forderten die jünger ihn auf indem sie sagten rabbi isst doch was isst josua sagte er sprach aber zu ihnen ich habe eine nahrung zu essen die ihr nicht kennt deshalb fragten sich die jünger untereinander hatte ihm wohl jemand schon etwas zu essen gebracht josua sprach zu ihnen meine nahrung ist es den wille dessen zu tun der mich gesandt hat um sein werk zu vollenden halleluja halleluja er ist gekommen um das werk des herrn zu tun liebe geschwister wir sind wir wurden auch wir die kinder des herrn die leute die das wort von josua maschia bekommen haben wir müssen weiter seinen werk tun wir dürfen nicht müde werden weil die leute uns weil wir das gefühl haben dass die leute das wort dann nicht annehmen weil die leute irgendwie nicht reagieren wisst ihr als wir als wir also wenn wir rausgehen und 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 flyer traktaten also verteilen es gibt leute die das nicht nehmen es gibt leute die sagen einfach ich will nicht damit zu tun haben es gibt leute die zumindest die nehmen das und lesen die lesen und dann ok schmeißen das also sogar weg ich möchte uns etwas hier zeigen ich möchte uns etwas hier zeigen liebe geschwister wir die kinder des herrn wir die kinder des herrn wir wir pflanzen das wort halleluja unser herr ist auch ist der ist der ist der ackermann unser herr er sagte ganz am anfang als er so die ganze erde also die die als er der mensch auf diese erde gebracht hatte adam er sagte sei furchtbar der adam sollte also irgendwie adam sollte also in in garden eden den boden dieses boden arbeiten er musste das so arbeiten also er wurde sowas wie ein ackermann in 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 garden eden arbeiten dass diese garten im oh joshua joshua es gibt so viel zu sagen über unser herr die verse kommen einfach so ich weiß nicht bleiben wir bleiben wir bleiben wir hier also in in vers also jetzt sind wir vers 32 fest und dass er sprach aber zu ihnen ich habe eine nahrung zu essen die ihn nicht kennt deshalb fragten sich die jünger untereinander hat ihn wohl jemand schon etwas zu essen gebracht joshua sprach zu ihnen meine nahrung ist es den willen dessen zu tun der mich gesandt hat und sein werk zu vollenden sagt ihr vers 35 sagt ihr nicht dass es noch vier monate bis zur ernte sind sehe ich sehe ich sage euch hebt die augen und betrachtet die felder die schon weiß sind zur ernte wer aber erntet bekommt lohn und sammelt frucht für das ewige leben damit derjenige der sät und derjenige der endet sich zusammen freuen wo machen wir mal einen stopp ein stopp hier alleluja joshua lädt hier von 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 ernten aber er sagt auch es gibt also ernten sammeln also früchte sammeln ja liebe geschwister könnt ihr euch das noch vorstellen ernten sagt ihr nicht dass es noch vier monate bis zur ernte sind siehe ich sage euch hebt die augen und betrachtet die felder er spricht also von felder von ackerland halleluja halleluja ah ich will nicht also so ins detail gehen es gibt also in 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 matthäus kapitel 13 wo joshua von joshua lehrt also über über diese also über über die samen joshua maschia die die bibel sagt also dort also dass er dass unser herr also der ackermann ist und dass die welt diese ackerland ist halleluja der ackerbauer sagt man auch aber das land ackerland das ist die welt wo die menschen wir sind also sowas wie samen des herrn erpflanzen uns also auf diese erde damit wir früchte bringen halleluja halleluja und 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 in diese diese lehre joshua maschia zeigt auch dass nicht nur er nicht nur er gibt einige ich glaube ich es besser kommt lesen wir das also zusammen lesen wir das zusammen weil also matthäus kapitel matthäus kapitel 13 also ich habe in vers fünf und genau vers 35 aufgehört ich komme wieder her gib mir bitte die gnade zurück zu kommen zu dieser lehre halleluja matthäus kapitel 13 nehmen wir matthäus kapitel 13 kapitel 13 kapitel 13 halleluja ab vers ähm gleich nicht vom samen von seman nein da da warte mal genau also vers 10 da traten die jünger dazu und sagten zu ihm warum hättest du ihm gleich nicht zu ihnen er aber antwortete und sprach zu ihnen weil es euch gegeben ist die geheimnisse des reiches der himmel zu kennen jenen aber ist es nicht gegeben also für uns liebe geschwister für die christen für die kinder des herrn ist also sind diese gleichnisse diese diese geheimnisse das ist für uns lesen wir mal hier gleich nicht von ja genau das ist gleich nicht von weizen und unkraut vers 24 er legte ihnen ein anderes gleich nicht vor und sprach das rasch der himmel ist mit einem menschen vergleichbar der guten samen guten samen auf seinen acker säte während aber die menschen schliefen kam sein fein und säte unkraut mitten unter den weizen und ging weg als die saad auf aufsprost und frucht brachte dann erschien auch das unkraut es kamen aber die sklaven also die diener des hausherrn herbei und sagten zu ihnen herr hast du nicht guten samen auf deinen acker gesät woher hat er denn unkraut er aber sprach zu ihnen ein feindseliger mensch hat dies getan und die sklaven also die diener sagten zu ihm willst du denn dass wir hingehen und es zusammen zusammenlesen und er sprach nein damit ihr nicht etwa beim zusammenlesen das unkraut zugleich mit ihm den weizen auszieht lass es beides zusammen bis zur ernte wachsen und zur zeit der ernte werde ich zu schnitten sagen lest zuerst das unkraut zusammen und bindet es in bündel um es zu verbrennen den weizen aber sammelt in meine scheune alleluja die bibel sagt hier als die während die leute geschlafen geschlafen hatten ist der feind gekommen hat auch sei hat sein unkraut gesät also die bibel sagt hier wenn wir weiterlesen also joshua maschia hat also die erklärung die erklärung in vers 36 gegeben dann entließ er die menschenmenge und kam in das haus und seine jünger traten zu ihm und sagten deute uns das gleich nicht von unkraut des ackers und er antwortete und sprach der den guten samen seht ist der menschensohn also joshua maschia halleluja joshua ist derjenige der die guten samen er bringt die guten samen er seht die guten samen halleluja und der acker ist die welt die acker ist die welt das ist die welt also die guten samen sind also die christen die kinder des herrn halleluja und und der gute samen dies sind die söhne des reiches und das unkraut sind die söhne des bösen also es gibt die söhne des herrn und ist die söhne des böses und diese und der feind der der es gesät hat ist der teufel ja und die ernte ist die vollendung des zeithalter also es ist ganz klar hier joshua maschia sagt also dass die gute samen also die samen sind die kinder des herrn und die und 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 das unkraut sind die bösen die kinder des teufels die kommen wachsen alle die kommen also in der gemeinde bringen also falsche lehre bringen falsche dinge da das sind immer die leute die die der der herr hat gesagt deine frau ist also der hexe oder ein mann ist der hexe oder bringen keine liebe zeigen ist also das wort des herrn bleiben nur in ihre träume da und ja der herr hat mir gesagt der herr hat es dachte er hat gesagt nur um die menschen zu spalten nur um die geschwister zu zu zerstören der feind kommt nur um zerstörung zu trennen und zu wahnsinn kinder des böses und deswegen sagt die bibel aus ihrer früchte werdet ihr sie erkennen deswegen hatte joshua maschia nein 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 bitte nicht bitte nicht jetzt weg wegnehmen lass sie zusammen wachsen weil am anfang hat man das gefühl also dass sie gleich sind Wie viele Leute sind also zu mir gekommen als sogenannte Pastoren oder sogenannte Evangelisten oder Propheten oder keine Ahnung. Wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen das Wort gelesen, wir sind sogar zusammen auf Mission gegangen. Ich erinnere mich, da war sogar einer da, der kam hier, wir sind zusammen auf Mission. Und dort haben wir festgestellt, dass er ein falscher Lehrer, ein böses Kinder des Teufels ist. Nimmt das Geld, hat also das Geld von der Mission einfach weggenommen. Dann wurde er, also wir haben ihn bloßgestellt. Joshua Maschert hat ihn bloßgestellt. Er sagte vor den Leuten, ja bitte vergib mir, aber im Hintergrund hat er wieder weitergemacht. Hat er wieder, nicht nur weitergemacht, aber gesagt, dass wir, dass wir die Bösen sind, dass wir lügen. Die Kinder des Böses, die Söhne, da, die Söhne des Böses, das sind Leute, die sind nicht mal in der Lage, ihre Fehler zu erkennen. Wenn man sie sagt, ja siehst du, das ist nicht in Ordnung, was passiert ist, das Wort sagt das. Nein, die stellen sich also über ein Wort. Ach, also, acht auf, passt auf, wir müssen aufpassen. Aus ihrer Früchtewellen, Mann, also solche Leute erkennen. Schau mal, deswegen, jetzt verstehe ich, warum also einige Gemeinden, bevor, also jemand einen bestimmten Dienst bekommt in der Gemeinde, also hat man also früher die Leute sogar, die haben sogar den Nachbarn gefragt, wie ist überhaupt dieser Mensch? Wie kümmert er sich also um seine Familie? Weil da gibt es also Leute, die kommen in die Gemeinde, die beten zusammen und so, aber die sind so falsch. Falsche Leute, falsche Kinder, die tragen eine Maske. Und dann sind die Ersten, die immer, immer irgendwas vom Herrn bekommen und sind immer in aller, aller Familie da und sagen, Ha, deine Frau, dein Mann hat das, deine Söhne, deine Kinder sind also in der Hexerei, obwohl sie selber in der Hexerei sind. Kommen und spalten die Familien, kommen und zerstören viele Familien. Dein Vater ist also, ist eine Hexe oder deine Mutter ist eine Hexe oder die machen also irgendwas. Die wollen dich töten und dann leben die Christen also in Angst. Ich kenne eine, wir müssten, also es musste einfach irgendwann mal rauskommen. Deswegen sagt die Bibel, aus ihrer Früchte werdet man sie erkennen. Am Anfang reden die Zungen, blablabla, aber im Hintergrund, das sind Leute, die beten also mit, nehmen also Öl und salben das Haus. Das Haus ist also irgendwie Blut von dem Herrn. Welches Blut? Welches Blut? Wie kann man also überhaupt ein Haus salben? Wofür? Wenn du das Haus salbst, also glaubst du, dass der Teufel nicht in dem Haus reinkommen wird? Joshua, also das heißt, es gibt irgendwo ein Reservoir oder eine Quelle von Blut und das Blut, also muss man immer das Haus salben, salben oder das Haus in Blut, also von Joshua Mashiach, obwohl die Menschen, die da drin leben, obwohl die Menschen, die da drin leben, nicht mal das Wort des Herrn angenommen haben, leben in der Lüge, in der Sünde. Und weil man also irgendwie Blut auf dem Haus, also oder das gesalbt hat, also dann werden sie irgendwie, ja, keine Ahnung, geschützt. Lüge, totale Lüge. Das Unkraut ist immer da, immer da. Deswegen sagt der Herr, lass sie zusammen wachsen. Lass sie zusammen wachsen. Ich lese mal also das Ende dieses Gleiche nicht. Joshua, da entließ die Menschenmengen und kam ihnen das Haus, seine Jünger traten zu ihm und sagten, deute uns also. Ähm, wo, 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 wo habe ich mich, also, genau, Vers 40, also. Wird das Unkraut zusammen gelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch bei den Vollendungen des Zeitalters sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Stolpersteine zusammenlesen und die Verletzte der Tora oder die Leute, das Wort, also hier haben wir sogar eine kleine, genau, die Gesetzlosen, Halleluja. Und sie werden, die Gesetzlosen, die werden die Stolpersteine, das sind Leute, die Stolpersteine vor den Kindern des Herrn legen, damit sie stolpen. Mit falscher Lehre, mit falscher, äh, äh, keine Ahnung, die legen also irgendwelche Falle. Hey, ja, 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 und sie werden, und sie werden sie in den Feuerofen werfen, wo Weinen und Zähneknirchen sein wird. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich hatte, äh, oft diese, ähm, während dieser Evangelisation, also kamen, da kamen also eine bestimmte Gruppe da, ich will nicht also sagen, äh, welche Gruppe das ist. Oh, ne, wir glauben nicht an so eine Hölle, wir glauben nicht an so ein Tag, äh, wo wir irgendwelche Verse gegeben und so. Aber wer hat diese Geschichte überhaupt erzählt? War das nicht Joshua Maschia? Sie werden sie in den Feuerofen werfen, wo, also, das ist ewige Verdammnis, ewige Verdammnis. Nein, es ist die Erde, nein, es wird eine neue Erde geben, äh, äh, die Hülle ist also schon hier auf der Erde, äh, die, das Leiden ist schon auf der Erde. Hier geht es nach dem Tod, meine Güte, nach dem Tod und so viele Menschen folgen, folgen diese, die diese Leute, so viel. Deswegen müssen wir weiter das Wort also geben. Halleluja. Halleluja. Danke, Joshua Maschia. Wisst ihr, seht ihr, liebe Geschwister, es gibt das Unkraut. Es gibt also diese Falsche. Und die kommen, wenn die kommen, die sind also sowas wie, äh, was sagt die Bibel, die sind also, äh, Stolpersteine. Die bringen also Skandalen. Und durch diese Skandalen werden also die Kinder des Herrn müde, entmutig, wollen nicht mehr weitermachen. Viele sind sogar verletzt, wollen nicht also in irgendwelche Versammlungen also irgendwie antreten. Nein, ich bleibe bei mir zu Hause, ich will nicht mehr mit diesen Leuten zu tun haben. Ich will nicht mehr also mit denen da, mit dem, da, 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 da. Wollen keine Gemeinschaft mehr haben, weil sie verletzt wurden. Und sind müde geworden. Halleluja, Joshua Maschia. Danke für dieses Wort. Und deswegen gehen wir mal zurück also zu Johannes. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Joshua Maschia. In Johannes Kapitel 4, diese Geschichte, weiter. Halleluja. Oh, wo waren wir? Vers, wir waren also Vers 36. Vers 36. Was Joshua sagt, also es gibt da so eine Ernte, wir müssen irgendwann mal so ernten. Und Vers 36 sagt er, wer aber erntet, bekommt Lohn und sammelt Frut für das ewige Leben. Liebe Geschwister, wenn wir weiter das Wort verbreiten, wenn wir weiter Samen, also sein Wort, also Pflanzen in die Menschen, wenn wir evangelisieren, durch unser Verhalten, durch unser, wie wir leben, zeigen wir das Wort, was Joshua Maschia sagt, wir sind das Licht. Also wir sind wie Briefe, die Menschen lesen uns. Und wenn sie lesen, sie lesen, sie sehen also unser Verhalten, sie sehen also wie wir reden, wie wir das Wort weiter verbreiten, wie wir dadurch werden sie irgendwie, also das Wort wird in diesen Menschen gepflanzt. Und wer sowas tut, bekommt Lohn, eine Belohnung und sammelt Frut für das ewige Leben, damit derjenige, der sät und derjenige, der erntet, sich zusammen freuen. Alleluja. Das bedeutet, es gibt die Samen einfach, die Pflanzen. Es gibt die Pflanzen und die Enten. Und trotzdem, beide werden, oh, jajajajajaja, Joshua Maschia. Beide bekommen einen Lohn, beide bekommen die Belohnung, liebe Geschwister. Beide bekommen die Belohnung. Also, wenn ich mich erinnere, also in, ah, danke, Herr, danke, oh, ich muss also zurückkommen. In 1. Korinther Kapitel 3, 1. Korinther Kapitel 3 steht im Vers, wo ist es? Ähm, Paulus sagt also hier ab Vers, ähm, Vers 5. Wer also ist Paulus? Paulus und wer ist Apollos? Diener, durch die ihr, glaube ich, geworden seid, entsprechen dem, wie er der Herr jedem gegeben hat. Und dann Vers 6 sagt er, ich habe gepflanzt. Ich habe, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, aber Elohim hat es wachsen lassen. Mein Bruder, das heißt, wenn wir das Wort weitergeben, wenn wir durch unser Verhalten, durch, äh, äh, wenn wir das Wort tun, wenn wir die, wenn die Menschen uns lesen, wenn die Menschen sehen, wie wir leben, wird das Wort eingepflanzt. Alleluja! Die Samen kommen einfach. Alleluja! In Lüneburg hatte ich gesagt, liebe Geschwister, wir dürfen nicht, wir dürfen uns also nicht entmutigen, ob Leute, äh, die Flyer genommen hatten oder nicht. Aber es gibt die, die das gelesen haben, die haben zumindest gelesen, dass Joshua der Retter ist. Wenn man das liest, Bumm! Wurde das Wort schon angepflanzt. Hehehehe! Deswegen dürfen wir nicht müde werden. Vers 7. Deshalb ist nicht derjenige etwas, der gepflanzt hat, Nicht derjenige, der gießt, sondern Elohim, der es wachsen lässt. Alleluja! Joshua, Maschia, unser Herr, ist derjenige, der, 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 der wachsen lässt. Irgendwann, wir geben einfach weiter. Wir geben einfach weiter. Wir tun das Wort weiter. Einfach weitergeben. Vers 8. Denn wer pflanzt und wer gießt, sind eins. Aber jeder wird seinen eigenen Lohn erhalten. Halleluja! Entsprechend seiner eigenen Arbeit. Wuh! Hahaha! Oh! Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Joshua! Das Wort ist wunderbar. Zurück zu Johannes Kapitel 4. Halleluja! 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 Johannes Kapitel 4. Ah, wo waren wir? Johannes Kapitel 4, Vers 36 oder 37? Ja. Vers 37. Und was man allgemein sagt, ist der Punkt wahr. Einer sät, ein anderer erntet. Hahaha! Vers 38. Ich habe euch gesandt, um dort zu ernten, wo ihr euch nicht abgemüht habt. Habt ihr abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Halleluja! Liebe Geschwister, diesen Vers, deswegen finde ich das gut. Es ist so gut, dass wir diese Übersetzung machen. Gebt mir mal ein bisschen Zeit. Ich zeige mal, was andere Bibel überhaupt über diesen Vers sagen. Nehmen wir mal so in Elberfelder, Luther, warte mal, ich nehme also Elberfelder, ist Elberfelder, genau angekreuzt, Luther, Bibel, vielleicht Hoffnung für alle auch dazu, Schlachter, genau. Nehmen wir diese drei Bibel und dann schauen wir mal also in Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4, Vers 38. Halleluja! Vers 38. Darum ist es gut, das Wort, also die richtige Übersetzung zu haben. Weil wenn man die richtige Übersetzung nicht hat, dann fehlt etwas. Dann sieht man nicht, was da wirklich steht. Also Vers 38, also die Luther-Bibel sagt, macht es größer vielleicht, ein bisschen. Vers 38. Vers 38. Oh, Halleluja! So, wir sind hier, Vers 38. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Hier steht nicht gearbeitet. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Überall steht arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich habe euch, also jetzt Schlachter. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Hoffnung für alle steht, ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Andere haben sich vor euch abgemüht und ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit. Also, Hoffnung für alle hat versucht, also diesen Begriff, also hier korrekt zu übersetzen. Nehmen wir mal, ich suche mal, also in Bibelhop kann man das auch vergleichen. Johannes, genau. Ich mache das ein bisschen größer. Johannes Kapitel 4, Vers 38. Schauen wir mal, also im Lexikon, also was genau steht über den Vers. Für die Leute, die das Wort gerne prüfen wollen. Halleluja. So, hier steht, das ist also auf Englisch, aber ich möchte euch also bloß diesen Begriff Arbeit mal zeigen. Hier steht also, you have not labored, also das steht also, das ist dieser Begriff auf Griechisch Korpos. Da steht, grow weary. Das bedeutet abgemüht. Und dann hier steht wieder, grow weary, abgemüht. Und nicht Arbeit. Das heißt also, die haben gearbeitet und sind müde geworden. Alleluja. Alleluja. Dieser Begriff hat also mit Arbeiten und müde werden. Das steht hier, involving weariness and fatigue. Das bedeutet, da wird man abgemüht, also müde werden. Alleluja. Und nicht nur Arbeiten. Wenn man also Arbeiten, nur Arbeiten sagt, also dann versteht man nicht ganz, worum es geht. Alleluja. Und deswegen haben wir das also hier in der BIM richtig übersetzt. Ich habe euch gesandt, um dort zu ernten, wo ihr euch nicht abgemüht habt. Und andere haben sich abgemüht und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Da drin versteckt sich etwas. Das bedeutet, Leute haben sich abgemüht. Leute sind müde geworden, diese Arbeit zu tun. Und ich möchte uns also alle hier, alle zusammen, alle hier in Deutschland oder in Österreich, in der Schweiz, also überall. Weil ich möchte uns alle hier ermutigen, weiter das Wort zu verbreiten. Nicht müde zu werden. Weil dieses Unkraut, was macht das Unkraut? Das Unkraut also macht, also erstickt. Erstickt also das Wort, also erstickt die Kinder des Herrn, macht die Kinder des Herrn also müde. Die falschen Propheten, falsche Lehre, die machen die Leute müde. Guck mal, wir, wir waren also hier, wir hatten uns also gesagt, ja, ja, wir wollen das Wort hier in Deutschland also verbreiten. Wir wollen das Wort also verbreiten. Dann sind, da gab es also einige falsche Kinder des Herrn, die gekommen sind. Die haben uns also mit, mit irgendwelchen Sachen, Projekten, also in eine andere Richtung gebracht. Und dann hatten wir also irgendwie gestoppt. Wir hatten, wir hatten gestoppt, diese Übersetzung weiterzuarbeiten. Plötzlich waren wir woanders. Stolper Steine, falsche Kinder des Herrn, falsche Leute, die kommen und, und, und pflanzen. Statt das Wort des Herrn zu pflanzen, pflanzen sie immer das Böse. Das Böse, oh, der da ist so, der da ist so, bringt die Kinder des Herrn gegenseitig und steht da in der Mitte. Falsche Leute. So nervig, so nervig, so nervig. Und wenn man also versucht, also diese Leute die Wahrheit zu sagen, die sind nicht mehr in der Lage, Buße zu tun. Nein, und wollen trotzdem das Wort, das Wort, also weiter, die wollen trotzdem predigen. Stellen sich also als Pastoren vor, denken, dass sie das Werk des Herrn tun. Falsche Leute, Wahnsinn. Herr, hilf uns. Stolper Steine, die kommen und die sind da und machen die Kinder des Herrn müde, das Wort weiter zu tun. Und jetzt guck mal, innerhalb von ein paar, ein paar Monate, ein Jahr oder zwei Jahre, die Bibel ist, das Ding ist da so raus. Alle können das also jetzt lesen, von 1. Mose, also von Genesis, also bis Offenbarung, das ist da drin. Hm? Da drin, steht da vorhanden. Stolper Steine und Kraut machen die Kinder des Herrn müde. Ich möchte uns also alle hier ermutigen, liebe Geschwister, nicht müde zu werden, weiter das Wort zu verbreiten. Alleluja. Deswegen sagte Joshua Maschia, ich habe euch gesandt, um dort zu ernten, wo ihr euch nicht abgemüht habt. Halleluja. Andere haben sich abgemüht. Andere haben sich abgemüht. Einige Leute haben sich abgemüht. Die sind müde geworden. Und dann seid ihr in ihre Arbeit eingetreten. Die haben angefangen, dann sind sie müde geworden. Wegen, wer weiß, wegen vielleicht dieser Unkraut, diese Stolper Steine, diese falsche Lehre, diese falsche Kinder des Herrn. Aber ich sage euch, liebe Geschwister, ich sage uns alle, die Zeit ist gekommen, dass wir aufstehen und weiter das Werk des Herrn tun. Halleluja. Nicht, dass du so irgendwelche Projekte, irgendwelche Sachen da so müde werden, nein. Nein, sogar für deine Kinder, für deine Familie. Du siehst da ja, oh, das funktioniert nicht, es geht nicht. Nein, weiter das Wort pflanzen, weil wir pflanzen. Und der Herr schickt noch irgendwelche Leute zu gießen. Aber er allein lässt das wachsen. Es ist nicht umsonst. Halleluja. Oh, wo soll sich das so enden? Deswegen sagt also die Bibel in Galater, ich glaube, ja, Galater. Ich bin gleich fertig, ich bin gleich fertig. In Galater Kapitel 6, Galater Kapitel 6, Vers, ich glaube, Vers 9. Ja, genau, Vers 9, Galater Kapitel 6, Vers 9. Und verlieren wir nicht den Mut, Gutes zu tun. Denn zur eigenen Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht aufgeben. Halleluja. Oh, wir werden irgendwann ernten, liebe Geschwister. Dann, deswegen geben wir niemals auf, gut zu tun. Halleluja. Also, ich beende das so hier. In Jakobus Kapitel 1. Ah, ja, 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 ja. Och, das Wort. Das Wort ist wunderbar. Halleluja. In Jakobus Kapitel 1. Ah, Verse. Jakobus Kapitel 1. Ja, Vers 21. Legt deshalb jeden Schmutz und jeden Rest an Bosheit ab und empfängt das in euch eingepflanzte Wort, das eure Seele erretten kann mit Samtheit. Alleluja. Joshua hat das Wort in uns eingepflanzt. Liebe Geschwister, die Zeit ist gekommen in Schmutz. Diese Reste von Schmutz, diese Sünde beiseite zu legen, dieses Unkraut uns von falschen Kindern des Herrn zu trennen, falsche Leute zu trennen und mit dem Herrn weiter zu gehen. Alleluja. Ich danke Joshua Maschia, weil jedes Mal kommen immer falsche Leute und er hat irgendwann mal, irgendwann hat er alles getan, damit ich mich also von solchen Leuten trennen. Alleluja. Am Anfang war ich blind, ich habe nicht gesehen, aber dann, dann Joshua. Deswegen danke ich also meinen Herrn. Ich danke Joshua Maschia und ich sage, Herr, danke. Danke für deine Gnade, Joshua. Danke, dass du uns, dass du die Augen aufmachst. Dass du uns also nicht, dass du uns die Kraft gibst. Alleluja. Oh, deswegen sage ich, liebe Geschwister, wir dürfen nicht müde werden. Oh, ich wollte schon also stoppen, aber da gibt es noch, da gibt es noch ein Vers. Ah, in Jesaja, Jesaja, Halleluja. In Jesaja, Jesaja Kapitel, Jesaja Kapitel 40. Oh, das ist also dieser bekannte Vers. Jesaja Kapitel 40, Vers 30. Und Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer staucheln, sie staucheln. Aber die auf Jahwehaarren gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden sie. Oh, die ermüden nicht. Wow. Halleluja. Danke, Joshua Maschia. Danke. Ich preise deinen Namen. Halleluja. Oh, es ist schwer aufzuhören. Halleluja. Die Verse kommen, kommen, aber lasst uns einfach weitermachen. Lassen wir uns also nicht mehr so müden lassen. Wir müssen so frühzeitig die Stolpersteine erkennen. Danke, Joshua. Herr, ich bete, dass du uns die Gnade gibst, diese Stolpersteine so schnell, so frühzeitig zu erkennen, Joshua. Damit wir nicht fallen, damit wir nicht stolpern, damit wir nicht müde werden. Halleluja. Herr, wir, 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 wir vertrauen auf dich, Joshua Maschia. Gib uns die Kraft, weiter dein Werk hier zu tun. Im Namen Joshua Maschia. Halleluja. Ich sage zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Amen.